Ja, hallo. Wie habe ich auch von Wort zu vertellen, wo er mein Leben ist vorgegangen? Eben ein Träumer, wo ich Mensch höre, vielleicht sagen würde, du esst nicht mehr. Und wo ich auch immer sind, doch, ich kann, du träume nicht, doch wie der Isaac sagt, sie, du esst nicht mehr. Aber ich bin auch eine Zeit lang verkehrt und lebe. Ich bete gerade an, du da Bibel lezen und alles vor einem Tag. Und ich bete für ein Partner und ich weiß, dass das Geld geöffnet wird. Ein Tag wieder, wo es erst vor einem Tag. Und ich habe auch eine Beine gehört, das auch. Und er hat mir nicht das Besseste. Er hat sich, wenn du Jesus hast, das wird das Besseste wir. Und dann wird mir, wenn wir in Bayern verkehrt, sondern er hat auch ein paar Geschäfte. Und es ging wieder ein Tag, dann, für Tag, ich habe mich gespürt, wo ich gehöre. Ich weiß auch nicht, wo du findest, wo wir. Ich habe mich gespürt, für lange, wo wir gehören, wo wir nach Hause haben. Ich beantworte, wo wir nach Hause haben. Und dann noch nicht. Ich habe auch nicht mehr so etwas Gutes bekommen. Und ich sagte, wenn ich mir beantworte. Aber ich sagte, ich habe auch nicht zu, weil das Besseste. Und wieder, weil ich sagte, wenn ich die Besseste bin, Ich dachte aber auch nicht, dass ich krank muss. Ich habe mich ab und wenn ich auf und wie zu zu tun bin. Und ich habe diesen Besseste gefangen. Ich habe einen Bessestegräten, da bin ich ab und und habe eine Beine mit dem. und das ist das geheirat. Als erstes klickte ich mich da, dass ich irgendwo eine Bedeutung von den Tönen gehe, weil ich keine Idee war, weil ich wusste, dass ich eine Dumme erlebte, aber nicht. Ja, es war eine Worte. Aber ich konnte mein bekehrendes Leben von dort geheirat. Und ich wollte, wie das Leben immer gekommen sind, ich konnte keine Idee, dass ich mich für das besagt, dass ich mich für ein Feind sei, und ich wollte so und so sein. Und dann habe ich gesagt, und ich habe gesagt, ich fand das in die 1. Korinther, Kapitel 14. Und dann lese ich das. Ich wusste nicht, dass es war, dass Paulus hatte. Aber ich wusste nicht, 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 hab ich mich bestimmt, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, aber ich wusste nicht und dann später wusste ich mir das, dass ich den natürlich Sprache zum Beispiel bei Spanisch, Englisch nicht, wenn ohne Sprache nicht mal einen Ton zu nehmen. Und da bin ich da noch ein bisschen nüchelig, nüchelig sein, das ist auch so. Ich studiere wieder, ich studiere wieder. Dann ging der Englische Bibel hoch, eine Spanische, eine Höfdeutsche, und dann dreht alle Leute noch von dem Ton. Und dann dreht alle Sprache auch in den Ton weg. Und ich lasst dort, und ich lasst dort, und ich kann das nicht klar, und ich werde twiblich. Ich werde so twiblich hier bei dem, oh, mir wird so ernst, und das wird von einem Fiend sein. Und ich glaube, wenn immer eine Person, die zum ersten Mal hier in den Ton war, wird anders. Und das wird auch anders, wenn es von einem Fiend kommt. So, das wird so wichtig, als dass wir den Ton mal weiterbringen. Und ich bin klüge gewesen mit dem Ton, wenn ich studiere. Ich habe auch gewissen, wenn mich aus der Angst gewissen. Aber ich wusste nichts, weil ich mich so schaue nicht aus. Dann werde ich einfach heilen können. Menschen können ja heilen, wo er auch über mich, wie es sehr angesteckt, wo es alle von den Fienden sind. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich mich nicht mehr im Krieg war, weil wir waren auch traurig. Und ich habe auch keine Träume von dort gehört. Und ich beschaffte mich nicht mehr mit dem Träume. Ich hatte bloß von der Erinnerung. Und die Erinnerung ist dann so ein bisschen tot. Und ich bleibe wie dort. Und das ging wieder. Und ich habe auch immer wieder gehört. Das ist von Feet. Das ist von Feet. Das ist von Feet. Das ist ein sehr negativer Wort. Ich habe ernst mit dem Ohrgerät gesagt, was ist denn auf Leib? Ich glaube, es ist so viel von Feet. Ja, da wurde gleich noch alles. Ich weiß nicht, auch nichts. Ich kann ja auch, das passiert nicht mal. Ich führte noch eine Person an, was ist denn auf Leib? Und ich sehe, dass ich nichts habe. Ich habe nichts habe, das ist, dass ich mich nicht auf Leib haben. Ich habe das sehr negativ geführt. Aber ich sehe lustig. Das ist ja auch nicht, dass ich mich auf Leib. Das wäre ein, was wir, und ein, was ich gerade war, war, weil wir, ich habe, mein Name für mein Freund, weil ich mich wohl auf meine Feier haben, mit ich soe ich gehe. Ich habe nicht so, dass ich mich auf, wenn ich mich nicht auf der Zeit habe, dass ich mich, auf dem Wegstöne, dass ich mich so auf Leib. Ich gehe auf Leib. Und dann sagt er nicht, ja oder nein, ich will nicht so, ja oder nein sein. Dann sagt er, du hast hier eine Bibel, ich will dir dann eine holen. Dann hat er mich in den 1. Korinther Kapitel 4, dann lasst er mich dort fährt. Und dann, naja, du seht, ob die das so, und so das Rache bringt. Aber du seht nicht, ob ich das nicht so. Dann wüsste ich nicht, naja, die Welt könnte ich nicht glauben. Ich weiß nicht, ich lerne das oder nicht. In diesem Moment sehe ich das zu mir. Ich weiß nicht, dass ich nicht leere. Aber ich würde mit dem Umfang noch wieder zurückkehren. Ich würde mir das nicht glauben. Und ich will hier mal bitte, ich will für Menschen hier, aber ich müsste das ganz näher Bibelproof haben. Dann habe ich gelesen. Das war und sehen nach, weil ich häufig auch in der Prissel, wo ich da nicht verandacht habe, das habe ich mir vorgestellt. Wie ich sehe, ich habe mir gedacht, dass ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich gedacht, ich habe mir schon gehalten. Ich würde es nicht essen oder essen. Und dann bin ich zu Gott, ich sehe, wenn du es, wie du es, wie du es. Ich war nicht die Haube geworden, ich war weit, wo du es. Wieso würden die Haube noch nicht lernen? Wie ich so sage, ich lerne, dass ich gar keine Haube geworden bin. Viele Haube haben nicht erreicht. Die leeren die Bekirung. Das ist ganz reich. Das ist mein erste Schritt, wo ich anfange. Das ist ganz reich. Und wenn du wieder bist, dann bleibst du toll. Dann wäre es nicht die Haube. Ich lerne nicht besonders reich, wenn du diese Haube und die Haube dann es in der Folge. Dann wäre ich mir gedacht, okay, wau. Wau, da. Ich wäre mir nicht überzeugt, dass ich das sein kann. Ich wäre dann ein paar Jahre. Ich würde es nicht so sagen, dass ich mich nicht so sagen würde. Dann wäre ich, wenn ich mich so sagen würde, und wenn du es so sagen würde, dann wäre es ein bisschen wie zu sagen. Und ich wäre mir so sagen, dass ich mich so sagen würde, wo ich bin und du dir oder im Brot und ich weiß, was alles, und ich sage es bei euch, ich schluchte mich, und ich sehe, dass ich nicht mehr, ich weiß, wie es dir ist, ich weiß, dass ich nicht mehr, ich weiß, was es ist. Und ich habe immer, immer und immer, das Kapitel, ich habe gesagt, wie immer ich leise, und ich hatte nichts mehr, ich habe viel mehr, im Haus sagt, wie sehr ihr will. Und mir hat das hier primiert, das falsch zu nehmen. Das sagt, ähm, Streif du nur leuftodig zu sein, sie hängen auch nur jährliche Gruppen, und besonders, dass die Prakäte reden können. Wie uns wer mit Taunen red, beret nicht te Menschen, ob er te Gott, und auch versteht keiner, ob er ansehen jetzt, redet von Geheimnissen. Hier war ich mir noch klar. Und ich sprach mir, und ich werde Sponisch verteilen, wenn ich Sponische Menschen wieder verstanden habe. Und ich werde Englisch verteilen, wenn ich Englisch verstanden habe. Und ich habe Deutsch oder Deutsch gelernt. Und ich sage, auch verstehe ich mich feiner. Und wenn wir in Tungen reden, dann verstehe ich mich nicht mehr so. Und ich sage, ich werde mir so klar. Ich werde das Kapitel hier nicht ganz erwähnen. Und ich sage hier, mir steht dort hier die vierte Fahrzeuge vor. Und ich sage, 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 bei einem den denen die sch sage, diese die die Especially Ich will das immer, in mir im Lauf, und dann will ich den Tit nicht helfen, wenn ich die zweiten sein will, und dann will ich bloß Gott sehen, wenn ich allein bin. Eigentlich wird das so klar, was Gott sehen wird, sagt das. Und Menschen sehen oder nicht. Ich kann nicht eine große Herde fragen, wenn ich sehe oder nicht. Auf einmal stimmt das nicht der für mich. Ich will nicht jemanden erzählen. Was will ich glauben? Ich will Gott sehen. Ich will Glauben, oder? Ich will die Menschen sein. Die Menschen werden sein. Ich habe ihn abgelehnt. Ich habe ihn einfach zu lesen, wo er die Gläufe hernimmt. Ich lese wenigstens im 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 7. Vers 7. Vers 8. Vers 8 sagt er, Leibhaft kein Ein. Die Gruppe befreitlich reden Wort ab hier. Doch reden in Tum, Wort ab hier. Besonders ihr könnts trennen Wort ab hier. Wenn ihr hört, sagt er hier ein Haaf abgegeht. Wenn ihr sagt er, Wo hat? Wie gesagt, was wir wissen, was wir machen. Ich sage ein Haaf abgegeht. Wir brauchen bloß noch Leibhorn. Wir brauchen bloß noch Leibhorn. dann läuft es am wichtigsten zu denken. Und läuft, wo wir, halt auch nicht an. Und läuft dann. Und das sage ich nicht, das Wort ab hier. Was kann ich sagen, das habe ich abgehört. Wenn es Töten war, Jesus fuhr in den Himmel, und hier, als heute auf der Treppe gekommen, habe ich gesagt, die Städte haben wir, aber wir leben nach einem Kreck, heute von dem Himmel, und sage ich, dass er eine Treppe kommt, und wir leben nach einem Kreck in der Zeit. Wir lernen, dass er eine Treppe kommt. Geht da, wo er eine Treppe kommt. Das dauert das ab hier. Wenigst, da fehlt doch nicht mehr. Das habe ich im Himmel. Das ist alles vorig. Aber hier fehlt doch noch. Du fährst dich, und du weißt, und du weißt, und du weißt, und du weißt, dass ich nicht zufrieden, und es ist nicht zufrieden, und ich habe viele Dinge. Wir waren so viele Dinge, und du wirst eine besondere Fasselgeschichte, und es ist eine Geschichte von mir. Es passieren so viele Wunder dort. Und dann habe ich immer so, wow, ich wünsche, es ist wieder in der Saal. Aber klären wir doch nicht mal. Wenn wir in den Klima-Trägern, dann wurde ich mir mehr angefangen, bevor ich bekehrt werde, bevor ich nicht von Gott wusste, dass wir ganz ein deutliches Leben leben, ein ganzes Leben leben. Und dies dann ist, ich konnte 20 Leute von Bibliotheken, aber ein Tag, dann wurde ich in den letzten Testament, in den letzten Testament. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe gesagt, dass Jesus vorhin erinnert. Heute gehe ich kranker und heute gehe ich. Und da hat bei mir so, dass das Jesus, das Olai-Dum machte von mir, und wie die Nachhinein für mich. Durch die Fung hat mir auch Jesus zu sehen. Aber nachher hat mich gekürt von uns, wie schaffte ich mich da noch einmal dort. Und da war die Zeile gelehrt, dass das nicht mehr passiert. Die Wünter und die Türen, was immer passiert, nicht mehr. Aber das ist da, und das wurde ich auch gedacht. Und auch wenn ich krank will, soll ich diese Angst haben. Viele Menschen wollen das vorherige sagen, das ist fort. Ich sage, ich bin fort. Und die wollen das nicht glauben. Aber ich glaube nicht, dass ich das sage. Ich denke, dass ich krank ist. Und vielleicht die Person, die weiß ich noch krank. Ich will sehr negatief, ich hole sehr aus. Ich will sehr negatief. Ich sage, ich höre Worship-Musik, ich höre, ich habe meine Bags und Orenhör, und immer, wo ich in Christe sein kann, und all die Dinge. Ich will sehr negatief. Aber ein Tag sage ich, dass ich mich hört. Und ich muss mich nicht mehr tun, ich muss mich nicht mehr tun, ich weiß nicht mehr, wo eine Bibel das schreibt. Ich weiß nicht mehr, wo eine Bibel das geschrieben wird. Wo würde ich mich haben, wenn ich mit so einer Menschen und ihr Hull? Ich sehe das auch nicht. Und ich sage, ich weiß nicht mehr, wo das wäre. Und das wäre so, lese ich mal nur. Und fragt Gott. Und ein Ding wird sein, und wie Gott wird sehen. Und freer wird nicht die Finde ans kommen sein. Das wäre es. Und wenn Gott sich ernst nicht sieht im Freer, ist das wahrheit oder nicht wahrheit, da wird nicht kommen die Finde sein, das ist wahrheit. Ich hoffe, ich kann sie sehen und ich kann sie sehen, immer mit Ola.